Und weiter geht's, ihr Lümmels, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Wir stehen mal wieder am Volchow und ihr wisst, was das heißt. Ja, am Volchow geht man shoppen und shoppen, das machen wir jetzt. Jetzt wird mir ordentlich Cash ausgegeben. Auf dem Konto lungern hier gerade hart verdiente 61.000 Silber rum und die hauen wir mal auf den Kopf. Also Randa, ich bin ja schon seit Wochen dran zu sparen, beziehungsweise mehr als Wochen, seit Monaten dran zu sparen. Und das große Ziel ist ja die dicke, fette Welzpumpe. Und da gehen wir jetzt mal rein in das Gerät. Das heißt, wir gönnen uns heute. Fangen wir natürlich an, was für eine Welzpumpe brauchen wir, was hätten wir gerne. Wir hätten gerne einen nicht richtig, richtig fetten, mächtigen Prügel. Einen Prügel mit geilen Stats drauf, mit ausreichend Tragfähigkeit und ordentlich Härte drauf. Ordentlich Tragfähigkeit und mächtig viel Power natürlich auch, weil wir wollen die Power, die wir halt ausüben, über die Route direkt an den Welz weitergeben, also 10 von 10 Power, richtig schön extra hart, der Prügel. 142 Kilo trägt der Lümmel, so viel trägt kein Haken im Game, aber das ist ja auch wurscht. Und ja, das Ding soll es werden, kostet in Gänze knappe 25.000 Silber. Und ich würde sagen, mit dem Kauf dieser Route, herzlich willkommen im Endgame. Im Moment geht da nichts drüber. Das ist wirklich Deluxe. Gucken wir nochmal kurz rein. Wir haben hier plus 10% auf Spinning, Handhabung von Wobblern, Blinkern und Spinnern. Spinnern, inwieweit ich, ja doch, ich sag mal, so ein paar könnte man vielleicht sogar noch auswerfen, mit Spiruline oder sowas, kriegt man hier tatsächlich auch noch ein bisschen was gut rausgeworfen. Wurfgewicht eben 10, 15 bis 70 Gramm. Mit den 70 Gramm als maximales Wurfgewicht kommen wir tatsächlich ziemlich schnell ans Limit. Wenn man sich da die größten und schwersten Haken mit der größten Tragfähigkeit anschaut, haben die eben schon mächtig Gewicht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich mir, also es ist für mich komplettes Neuland, sagen wir es mal so. Ich bin mir in manchen Sachen nicht so hundertprozentig sicher. Zum Beispiel mit der Wahl der Haken. Da werde ich bestimmt irgendwie noch Lehrgeld zahlen und da werde ich natürlich viel ausprobieren müssen. Aber auch das gehört natürlich dazu. Das heißt, wir gönnen uns jetzt als erstes mal die geile Rolle. Warum gönnen wir uns hier eine Spinningroute? Weil wir eine Stationärrolle verwenden. Ich hatte ja anfangs geplant, allen am besten gönnst du dir hier das Gerät. Schön für 69.000, für 70.000. Das war zunächst der Plan. Und dann hieß es allerdings von allen Richtung Alden, mach dich nicht unglücklich, die Reparaturkosten fressen dich auf. Reparaturkosten werden ja seit einiger Zeit anhand des Kaufpreises berechnet. Das heißt Öl, Schmierung, Cha-Cha-Cha, Verschleiß und so weiter. Das ist halt alles dann anhand des Kaufpreises. Und wenn wir dann eben die Rolle nehmen mit dem höchsten Kaufpreis, sind wir dementsprechend auch bei der Reparatur, ja, bei den höchsten Kosten. Das muss halt nicht sein. Und von daher wird es, ja, als Rolle hier die dicke, fette Venga, die Venga 10.000. Auch da natürlich wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nutze die Venga 10.000 auch mal zum Störangeln oder sowas auf meinem Karpfen-Set. Gucken wir mal, wie das dann funktioniert. mit 32 Kilo an Bremskraft. Und damit bin ich dann für die nächsten oder fürs Next Level sozusagen ganz gut ausgerüstet. Mal gucken, ob irgendwann mal noch eine weitere Venga dazukommt oder irgendwas. Vielleicht gibt es ja auch jetzt in diesem aktuellen Jahr auch noch weitere und bessere Rollen. Wir sind natürlich alle sehr gespannt, was da kommt. Also, gegönnt, Kratching, es bleiben nur noch 28.000 übrig, nur noch. Und wir gehen zurück auf die Route, Spinning Route, gehen hier auf die Ultima, auf die dicke, fette und Kratching. Nur noch 3.000 übrig. Angelschnüre brauchen wir auch noch. Gefluchtene Heavy Braid mit 84 Kilo Tragfähigkeit. Auch wieder dem geschuldet, dass es, ja, es gibt eben keine Haken, die da irgendwie ordentlich da drüber gehen. Und so ein paar Meter Schnur wollen wir ja auch noch drauf haben. Also, Kratching. Und ich glaube, die Haken habe ich auch schon dabei. Wir bauen das Ganze mal eben zusammen. Das heißt, wir haben jetzt in Gänze, ähm, wo ist der Prügel? Alter, das muss ich ja erstmal, das muss ich mir erstmal markieren hier. Da müssen wir erstmal hier ein Sternchen dran machen, dass ich das nicht immer suchen muss. Dann kommt da die Rolle drauf. Ei, ei, ei. Dann kommt da die Schnur drauf. 84 Kilo. Vorfächer bleiben, soweit ich weiß, direkt weg. Vorfächer, ähm, verwendet man in dem Fall gar nicht. Und dann ballert man hier, ne, natürlich nicht auf Spinning, sondern auf Jig. Und dann kommt da der dicke, fette Jig-Kopf drauf. Ähm, 3-0er Haken. Zack. Und dann ballern wir zum Beispiel, nehmen wir mal den hier, sowas drauf. So, und das wäre, wie sieht's denn aus? Ja, Wurfgewicht spielt da mit. Das wäre jetzt das Gerät in Gänze. Wollen wir nochmal eben einen Blick drauf werfen, bevor wir das Teil verschandeln. Ich meine, verschandelt ist es ja eh. Aufgrund, ähm, aufgrund dieser Rolle. Puh, alter Faller, ey. Da könntest du auch hier schön mit einer Goldkette rumrennen und irgendwelche Blingblings in den Ohren haben. Also, ich weiß es nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht, Leute. Wie kann man sich denn, wie kann man sich denn sowas nur ausdenken, ne? In quietsche Gold, alter. Ja, was ist denn hier mit der Post schon wieder los, Mann? Mann, 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 Mann. Aufmerksamkeit. Unvorstellbar. So. Ja, aber so sieht es aus. Und, äh, damit würde ich sagen, düsen wir jetzt direkt zur Achtuba und schmeißen den Otto einfach mal ins Wasser. Ja, und da sind wir angekommen an der Tuba. Die Zeit ist auch gerade ganz passend. Das heißt, wir sind hier gerade bei ungefähr 18 Uhr. Was man natürlich als erstes macht, man kauft sich ausreichend Tickets. Denn keiner weiß, wie lange man da drauf rumtuckert. Ich habe jetzt vier Stunden Zeit, um hier irgendwas rauszuholen. Ansonsten muss ich halt um Hilfe schreien. Aber ich glaube, das wird reichen. Und, äh, ja, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Machen wir mal die Map auf. Jetzt gerade eben als frischgebackener Welsangler. Komplett planlos, Alden. Da wollen wir doch mal gucken, was geht. Ich könnte mich natürlich hier oben hinstellen. Motor ausmachen, einfach treiben lassen. Ich könnte mich aber auch hier hinstellen und einfach mal durchjiggen. Ich glaube, ich mache das mal von hier und jigg da einfach mal durch. Bretter ich mal kurz hin und wir gucken, was da reinballert. So, zack und rückwärts eingeparkt. Schön nochmal rückwärts Gas geben, Anker rausgeschmissen, dann Motor ausgemacht. Und dann, bam, geht das so richtig schön rein hier in den Anker. Und wir stehen jetzt hier genau am 11-Meter-Loch. Ich habe gerade nochmal in die Rekorde reingeschaut. Und aktuell läuft eben auf Wels anscheinend der Twister. Ein bisschen Verschleiß ist schon drauf. Passt schon, der nächste Wels wird da bestimmt auch nochmal ordentlich Verschleiß reinballern. Wenn ich jetzt auswerfe, ne, kann ich nichts mehr davon zurückgeben. Bin ich mir sicher mit dem, was ich hier gemacht habe? Bin ich mir sicher, dass ich dafür all das schöne und hart verdiente Silber rausgeballert habe? Habe ich irgendwas falsch gemacht und ich wese es einfach nicht? Egal. Juhu! Raus damit! Ei, 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 ei. So. Ziehen wir mal rein hier. Ziehen wir mal rein. Mal kurz gucken, dass wir hier so ein bisschen in den Jig kommen. Da ist er schon, Jig-Führung. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, erste Mal, ich meine der Plan ist ja dann, mit so einem übertriebenen Setup und mit der Rolle hier, dass man die richtig dicken, fetten Brocken mit geschlossener Bremse dann hochpumpt. Habe ich noch nicht gemacht. Bisher alles schön immer über die Bremse ausgedrillt, müde gemacht, rangezogen. Heißt also jetzt, wenn der Brocken irgendwann nicht mehr wild rumeskaliert, dann Bremse zu und ran damit. Ich weiß noch gar nicht wie, ey. Ich habe da jetzt schon so ein bisschen, ein bisschen ungutes Gefühl, weil dann irgendwas abreißt. Oder mir geht was kaputt. Ich meine, was würde reißen? Es würde die Schnur reißen. Die Rolle hat eine Tragfähigkeit von, oder das Getriebe von 100 Kilo. Die Route bei 140 plus. Und das schwächste Glied in der Kette ist der Haken. Also der Haken macht dann da den Strich durch die Rechnung. Gucken wir mal, was geht. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, bis hier überhaupt was reingeht. Das sind ja jetzt erstmal die Abendstunden. Welz natürlich immer ganz gerne auch nachtaktiv. Gucken wir mal. Oder ich ziehe einfach nur locker durch, auf langsam. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht besser geht. Alter, ich muss nochmal gucken, ob ich die Wengler noch ein bisschen pumpen kann, oder verbessern kann. Nochmal ein besseres Öl drauf machen kann, ne? Oder ich verschleiße erstmal das Original. Und dann öle ich die nach. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Kostet ja alles wieder Geld. Ab jetzt heißt es ja wieder sparen. Läppische 3000 Ocken. Alter, ey. Damit kannst du ja nicht mal irgendwie zum nächsten Gewässer fahren. Ei, 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 ei. So, ich würde sagen, ich ziehe hier ein bisschen durch. Und beim ersten Wels, der reinballert, schalte ich natürlich wieder rein. Und zack. Ha, guck mal, nur ganz wenig ausgeworfen. Und zack, da geht er rein. Können wir ein bisschen lauter machen. Knack, 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 knack. Und jetzt können wir natürlich ein bisschen hochstellen. Ha, gerade ist schon eine Quappe reingegangen. Eher was Kleineres. So. Ha, mir geht's ja hauptsächlich auch gar nicht um die, ausschließlich um die dicken Fetten. Mir geht es auch darum, dass man die Möglichkeit hat, wenn man denn dann auf Wels geht, auch tatsächlich, ja, auch wenn es nur die, nur die 30, 40 Kilo Wels sind, aber dass man die ganz vernünftig rausziehen kann. Und das hier jetzt gerade, keine Ahnung, wie schwer der ist, werden wir jetzt gleich sehen. Aber das lässt sich halt hervorragend gerade ziehen. Ohne irgendwelche Probleme. Ja. Zieht sich sehr gut hier rein. Geht auch nicht weiter hoch hier in der Action Bar. Also überhaupt kein Problem. Ich habe sogar noch jede Menge Spiel hier. Also bis 20 reicht das sogar völlig. So, gucken wir mal, was wir da haben. Und das ist halt jetzt gerade das Geile. Man kann einfach die Power einfach direkt schön übertragen auf den Fisch. Das ist schon krass. Das fühlt sich schon gut an. Da wehrt er sich nochmal so ein bisschen. Haut nochmal ein bisschen ab. Jetzt können wir hochdrehen. Ist ja noch genug drinnen. Genug Power vorhanden. Und jetzt auch einfach nur ziehen. Selbst die Zugkraft sozusagen von der Rolle reicht ja gerade komplett aus, um den hier ranzuziehen. Und vor allem auch keinen Stress. Also ich mache mir da jetzt immer keinen Stress. Deutlich entspannter. Einfach einkurbeln. Gehen wir nochmal ein bisschen höher. Wenn er im Grenzbereich, in dem Moment, wo ich halt jetzt hochpumpe, wenn dann die Bremse wieder geht, gehe ich halt einfach nochmal ein bisschen höher. Da kommt er an. Da war er schon zu sehen. Ja, moin Sen. Komm mal ran hier, Alden. Epp, 15 Kilo. Siehste, geht doch schon gut, ey. 15 Kilo auf entspannt. Direkt weitermachen. Direkt mal verdoppeln. Und der nächste. Na, guck mal da. Und der geht sofort ein bisschen mehr rein. Erstmal Bremse zu, Alder. Erstmal Bremse zu. Kannst du dich ausdenken. Sofort Panik. Aber dagegen kommt er einfach nicht an. Ist das der Hammer, Alder. Ich bin so, ich bin so getriggert auf diesen Actionbar da unten, wenn der so langsam in Richtung Rot gehen würde. Sofort aufreißen. Aber es klappt. Aber es klappt. Schön hochpumpen. Uh, siehste. Und, äh, ich muss so ein bisschen Kaffee reinkippen. Ich brauche natürlich jetzt Energy. Ich brauche jetzt hier die ganze Zeit Power. Denn wenn die Power nicht da ist, ist das mit dem Pumpen hier auch nichts. Dann wird das auch nichts. Die Kraft, die muss halt da sein. Die Kraft, die in der Bohne steckt. Komm ran hier, ey. Alter, da muss ich ja doch jetzt demnächst noch Kochen skillen, wa? Ist es denn wahr? Level 40 und ich mache meine ersten Prozente im Kochen? Nee. Krass. Also es ist wirklich die ganze Zeit ein Spiel hier mit den Gewalten. Und natürlich die ganze Zeit dieses Lauern da drauf. Ballert jetzt gleich hier meine Actionbar nach oben oder nicht? Ähm, ich bin echt gespannt, wenn hier mal was wirklich Großes reingeht, was dann passiert. Ich denke nicht, dass man dann von vornherein, dann muss man den wahrscheinlich erstmal müde drillen und dann einfach irgendwann zumachen und, ähm, nur noch das Gewicht sozusagen rauspumpen. Wenn er dann ein schlapper Sack geworden ist, der Riesenwels, dann geht's dann da dran, ihn hochzupumpen mit geschlossen. Na, dann darf er natürlich auch nicht, äh, irgendwelche Zuckungen mehr haben, ne? Das heißt, der muss dann wirklich so, uh, so müde sein. Der muss dann so müde sein. Ei, ei, ei. Dass er, ähm, dass er eben solche Kopfschläge oder sich dann nochmal dreht und wendet, dass er sowas gar nicht mehr macht. Und, ähm, dann halt ran damit. Dann kann man ihn hochpumpen, ohne das, was kaputt geht. Boah, und ich überlege schon, ey, die ganze Zeit im roten Bereich, will man das? Ei, 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 ei. Da muss er aber fit sein, ey. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Komm ran hier, Alten. Ruhig bleiben, Brauner. Ruhig. So, du machst das schon. Ei, 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 ei. Eine falsche Bewegung und es macht kapitsch. Haken gebrochen. Ich glaube, Haken gebrochen ist der, ist der, ähm, die Actionbar ist der Haken, ne? Ich meine, dieser Haken, irgendwas um die 70 Kilo. Ich muss mir nochmal so eine Liste raussuchen. Es gibt ja anscheinend eine Liste, wo man so diesen ungefähren Hakenwert hat, wie viel Tragfähigkeit diese Haken haben. Das sind eben die, die Jigköpfe mit dem, also diese weißen Köpfe mit dem Auge drauf. Und, ähm, da muss ich dann nochmal gucken, wie viel Tragfähigkeit die genau haben. Was sich am ehesten lohnt, welche ich am besten verwende. Schön vorsichtig ranziehen hier. Er kommt halt Stück für Stück näher. So weit, so gut alles. Passt. Fühlt sich alles noch ganz entspannt auch an. Das Gefährliche ist halt immer nur, wenn er eskaliert. Guck mal hier, macht da zwischendurch mal so eine Wendung. Na. Schön mitziehen mit der Schnauze. Jetzt guckt er hier halt gerade nach links, also ziehe ich auch direkt mit nach links, dass er mir gar nicht irgendwie großartig eskalieren kann. Wenn er da hinschwimmen will, kann er machen, aber ich ziehe halt weiter. Also nicht dagegen halten, sondern einfach mitziehen. Ist übrigens bei, bei den ganzen Drills so, wenn ihr, wenn ihr die Chance habt, halt mitzuziehen. Also immer schön nach vorne mit dem, mit der Schnur vor dem, vor dem Maul zu sein. Dann ist das halt immer besser, als wenn man quer an dem Fisch vorbeizieht. Guck mal jetzt noch nach rechts rüber. Immer die, Alter, immer das, oi, 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 oi. Da hätte ich schon fast locker gelassen, die Bremse. Na? Komm ran hier. So, jetzt ist, sieht man es auch an der Schnur, viel ist da nicht mehr, viel ist da nicht mehr einzuholen. Pumpen wir nochmal so ein bisschen hoch hier. Nochmal runter und nochmal hochziehen. Einfach mit der Maus. Nichts hier mit der rechten Maustaste, sondern einfach mit der Mausbewegung. Der Finger liegt die ganze Zeit auf dem Mausrad, falls da irgendwie was hoch schießt. Gerade jetzt im Endbereich, dann eskalieren die nochmal. Wenn die Luft schnappen sozusagen. ruhig. So, jetzt nochmal und gib ihm. Da ist er. Ich mach jetzt mal eben auf. Kriegen wir den so? Kriegen wir so nicht. Kriegen wir so nicht? Das ist natürlich jetzt ekelhaft, kann ich euch sagen. Quasi mit geschlossener Bremse, mit geschlossener Bremse zu pumpen. Das ist ja besonders ekelhaft. Ei, ei, ei. Aber, ich glaube, da führt jetzt gerade kein Weg dran vorbei. Ams. Schönes Ding. 42 Kilo. Schmeckt. Der erste dicke Brocken. Sehr gut. Dafür ist das Set da. Das ist genau so die Größe, wo ich sag, ja, lecker schmeckt. Nehme ich gerne mit. So, das soll es aber auch erstmal damit gewesen sein. Ich glaube, im Stream geht es dann mit dem Welspumpen weiter. Gucken wir gerade nochmal eben, was der Brocken kohlemäßig gebracht hat. Und, ja, ob sich das überhaupt lohnt. So, dann sind wir hier am Fischmarkt. Wir schauen mal eben rein, was bringt denn das Ganze? Die kleinen Welser, also das war ja jetzt hier gerade die erste kleine Quappe. Ist natürlich auch nicht schlecht. 15 Kilo Wels schmeckt auch schon mit 26 Ocken. Selbst die kleinen, die ziehst du ja sowas von rein. Für einen Zehner ist das auch wirklich fair. und 110 führenden 40 Kilo Wels ist also auch absolut okay. Heißt also hier in dieser Viertelstunde da rumstehen und rausziehen. 150 Silber schmeckt. Kann man gerne mitnehmen und wenn die dann dementsprechend größer werden, wobei viel größer, brauche ich erstmal gar nicht, erstmal klarkommen. Wenn dann allerdings mal der 100 plus da reinballert, da muss der natürlich auch raus. Petri Lümmels bis zum nächsten Video oder bis zum Livestream auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.